Gleich am Anfang gibt's schaurig Schönes, denn unsere Stadt hat einen neuen Totengräber. Und seitdem der hier arbeitet, gibt's seltsame Begegnungen mit echt sonderbaren Kreaturen und vor allen Dingen eine wohnt bei Ihnen im Keller. Manchmal darf sie raus, so wie heute Abend. Begrüßen Sie mit mir und vorher halten Sie sich fest, passen Sie auf Ihre Finger auf und begrüßen mit mir unseren Totengräber Markus Wissel. So, magst du mal Hallo zu meinen Freunden sagen? Na, du hast Freunde? Ja. Na, hinterher garantiert nicht mehr, gell? Komm, stell dich doch mal vor. Geht's euch gut? Ja. Geht's euch gut? Ja. Noch. Also, ihr Lieben, mein Name ist Gerhard, bekannt als The Rocking Gat. Und ja, ich bin ein Zombie. Wow. Ein echter Zombie? Ja. Ist du auch Menschenfleisch? Ja. Am letzten. Nog ich die Gehirne. Du musst dir keine Gedanken machen, gell? Ja. Ja. Ja, Sria, Leute, Sria, war ihr Vegetarier. Oh. Der Herr war Vegetarier. Oh. Hättest du mich ja gar nicht essen dürfen, ne? Doch. Steckrüden gehen klar. Lacht ihr, ne? Aber, weißt du, du hast Lust, dir jetzt keine Angst haben. Du stehst nicht mehr auf neiner Steißenkarte. Oh, da hab ich Glück gehabt, ne? Ja, der Arzt hat gesagt, ich soll nicht mehr so fett essen, gell? Oh. Oh. Oh, nein. Oh. Musst du niesen. Ja. Oh. Hand vor den Mund. Ja, ja. Tja. Ach, Mann. Oh, Mann. Oh. Oh. Ich hab dir immer gesagt, du sollst die Augen zumachen beim Niesen. Ja, das ist halt ... Moment, ich hab das gleich. So, so, so. Geh doch. So. Alter. Wir sind hier im Fernsehen. Du siehst aus wie Karl Dall. Komm, lass mich ... Komm, ich helf dir mal. Au. Oh, ja, das muss jetzt sein. So. Ah, ja. Ah, dieser. Hör mal, ähm, wo warst du eigentlich heut den ganzen Tag? Wie? Aus dem Friedhof. Oh. Wer ist denn tot? Alle. Alle sind da tot? Moment, Moment, Moment. Hast du dir da ... Hast du dir da einen ausgebuddelt, oder was? Na, ich ess doch nix aus der Dosen. I da dort wegen deiner Suche. Was? Du hast dir da einen? Dort ist's völlig falsch. Erklär's mir. Ihr Leute, Friedhöse sind die idealen Singeldörsen. Bitte was? Singeldörsen? Nuschelisch? Ich hab dich schon verstanden, aber ... Friedhof als Single ... Okay. Eins nach dem anderen. Du bist Single? Ja. Hast du keine Freundin? Na ... Oh ... Ihr wisst schon, der ist nur ne Puppe, ne? Und ... Und außerdem, Leute, das heißt jetzt nicht nur Single, sondern alleinstehend mit Frustrationshintergrund. Und ich lese dann die Todesanzeigen in der Zeitung und weiß wieder, wer zu haben ist. Okay. Friedhof als Single-Berse, cooles Konzept. Funktioniert's denn? Ja. Hier. Letzte Woche, geh. Da hatt ich eine getroffen, die hatt ich an Abend direkt mit nach Hause genommen. Und Herr Nasch, ooooh, hey, so richtig mit Hingabe und Leidenschaft, he? No. Mit Rucola und Dalsamico. Alles okay? No. Was ist los? Na, ich kann den anderen da nicht legen. Okay. Wieso? Wieso? Schau mal her. Da hast du ein Stecken drin. Da nicht. Na ja, und der hängt jetzt da runter. Der sieht doch leid aus. Soll ich dir den Arm ein bisschen hochlegen? Ja, ditteschön. Dann machen wir ... Ja, leck! Sag, da stehst du. Das ... Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, und jetzt? Ja, ja. Müssen wir hinterher reparieren. Guck mich nicht so an. Macht mich nervös. Soll's auch. Ich krieg noch Geld von dir. Lenk ned ab. Nein, ich krieg wirklich noch Geld. Ich krieg noch Miete für den Keller. Geht ned. Was? Na geht ned. Mir wurde gekündigt. Oh, was passiert? Hast du die ganze Zeit auf der faulen Haut gelegen? Oder was? Ganz dünnes Eis, gell? Okay. Aber, ja, das ist ned schlimm. Ich zerdien den nächsten ein eigenes Geld. Okay, was machst du denn? Ja, ich hatte riesen Nacktlücken entdeckt. Okay. Ich sag euch, Leute. Einzelhandel. Einzelhandel. Oh Gott. Ein... Marktlücke. Ja. Mit was handelst du denn? Ersatzteile. Autoersatzteile. Na. Menschenersatzteile. Okay. Ich nenn den Laden dann The Darking Gat. Nearer to go. Hier, ich hat auch schon Radio-Wertung. Hast du dich schon gehört? Nee. Hier, Tontechniker. Mach doch noch das Radio an. HR4. Ja. Jetzt. Nimm drei, zahl zwei. Bei Zombies in einer Reihe. Der Organhandel ihres Vertrauens. Fehlt dir zum Leben ein Organ, lass einfach mal den Zombie ran. Seit vielen Jahren ich schon schwärm. Für Zombies Secondhand gedärm. Alter, ernsthaft? Ja. Okay, und wann geht's los? Das kann noch dauern. Was hast du gemacht? Na, ich hat Schwierigkeiten mit dem Gesundheitsamt. Okay. Was passiert? Ich soll den Gesundheitsminister fressen. Den Lauterbach. Na. Sein Showgänger. Den Jens. Ach, das kannst du dir sparen. Oh, der ist auch gut. Ja. Danke. Hör mal, was ist los? Ich guck, ob der Arm da noch liegt. Jetzt lass doch mal den Arm da in Ruhe. Den machen wir hinterher wieder. Na, du hast gut. Du hast ja noch zwei Ehren. Sag mal. Wo ist denn dein anderer Ohren? Ja, Leck. Du hast hoffentlich Handschuhe an, oder? Ja, noch lacht ihr, ne? Dass er nachher dann von euch hier hoch holt. So. Wir machen uns jetzt vom Acker. Hat noch einen schönen Abend. Und Dankeschön für euren Applaus. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Liebe Narren und Narren. Unser Totengräber Markus Wissl im The Walking Gerd. Danke. Na, schau her, der Herr Sitzungs-Resident. Ich würd ihnen ja gern die Hand geben, gell. Also, die liegt da schon. Das ist ein helfendes Händchen, was wir jetzt brauchen, ne? Also, lieber Markus, pass gut auf den auf. Du weißt, wenn Bauchmuskeln vom Lachen gut schmecken, der Saal ist jetzt hier ein Festmahl. Auf unseren Markus und The Walking Gerd ein dreifach dauerndes Karneval! Hello! Nordhessen! Hello! Und für dich einen Ausdrucksmarsch! Dankeschön!